Mein Name ist Manuel Neutzner, ich bin 27 Jahre alt, arbeite jetzt hier seit Juli 2016 im Qualitätsmanagement und wir sind im Prinzip dafür verantwortlich, dass der Kunde von uns albernfreie Ware kriegt. Erni produziert in erster Linie Steckverbinder für verschiedenste Anwendungen, Automotive, Telekommunikation, Maschinenbau, Anlagenbau, aber auch Kabelproduktion beziehungsweise Konfektion und Backplane-Fertigung. Die Einarbeitung verlief äußerst positiv. Ich kam hier an am ersten Tag, habe einen Einarbeitungsplan direkt bekommen von meinem Vorgesetzten und diesen Plan arbeitet man innerhalb von acht Wochen ab und man kann auch zu jedem Kollege hingehen und Fragen stellen. Wenn er nicht direkt die Antwort darauf weiß, verweist er auf einen anderen Kollegen, wo da weiterhelfen kann. Also der Zusammenhalt und der Teamgedanke wird doch sehr groß geschrieben bei uns. Mein Name ist Sebastian Spengner, ich arbeite seit mittlerweile zehn Jahren bei der Firma Erni. Aktuell arbeite ich im strategischen Einkauf seit 2008, bin da zuständig für Investitionsgüterkäufe. Ich hatte das Glück bei der Firma Erni mich ständig weiterentwickeln zu können. Das heißt, ich habe angefangen mit einer Ausbildung zum Industriekaufmann, habe dann ein duales Studium in der Betriebswirtschaftslehre absolviert, hatte dann meinen Bachelor in der Tasche, habe danach die Stelle angetreten im strategischen Einkauf und durfte dann ein berufsbegleitendes Masterstudium beginnen, auch an der dualen Hochschule. Zum Thema Weiterentwicklung bin ich bei Erni sehr begeistert. Ich war zum Beispiel gerade mal vier Wochen hier, dann habe ich schon einen QM-Lehrgang bekommen, den ich hier machen durfte. Hier wird das gleiche Statement gesetzt, dass die Firma auch bereit ist, um die Mitarbeiter zu investieren. Mein Arbeitsweg sieht so aus. Ich fahre 25 Minuten über die Landstraßen mit sehr wenig Verkehr und finde hier direkt vor Ort einen kostenlosen Parkplatz. Hier im Sommer ist es natürlich schön, wenn man in der Mittagspause mit seinen Kollegen einmal durch die Wälder hier laufen kann und auch mal eine ausgiebigere Mittagspause machen kann, eben durch die flexiblen Arbeitszeiten. Auch in jungen Jahren kriegt man hier schon relativ viel Verantwortung, darf eigenständig Sachen entscheiden und wird auch von den Vorgesetzten so gelebt und man hat da schon freie Hand auch selbst was zu bewegen. Aufgrund des starken Wachstums die letzten Jahre gibt es immer mehr Projektteams aus unterschiedlichen Abteilungen, sei es Vertrieb, Entwicklung, Produktion und Einkauf. Und es wird dann einfach kontinuierlich daran gearbeitet, Erni auf der Wachstumsspur voranzubringen. Ich denke, hier ist auch langfristig der Arbeitsplatz gesichert und kann man mit einem guten Gewissen mit Erni zusammen in die Zukunft gehen. Wir haben momentan nur eine Richtung, Steilberg auf.